Ich bin AIDA Polizzi und komme aus Föhringen. Ich liebe die Natur und bin oft draußen unterwegs. Passend dazu mache ich gerade eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik bei der Energieversorgung Rottweil. Das ist ein Unternehmen aus der Region. Zu meinen Aufgaben gehören die tägliche Kontrolle des Abwassers im Labor, die permanente Überwachung der gesamten Anlage und regelmäßig auch kleine Reparaturen.